Hallo Freunde, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spiele ich in Fortnite, in Battle Royale. Ich spiele das nicht so oft, das seht ihr, weil ich hier erst Level 3 bin. Äh, ja. Heute spielen wir im Solo und gucken, und wir gucken mal, was wir hier so schaffen. Äh, für die Streams habe ich extra, äh, zum Beispiel sowas gemacht, dass der Stream pausiert wurde. Äh, oder, ähm, habe ich das hier gar nicht? Äh, Stream Pause, bitte auf mich. Ja, und, äh. Das hier ist das Bild von meinem Kanal. Und so geht's wieder zur Bildschirmaufnahme. Äh, genau. So, Bild. So, das. Äh, ja. Genau. Mein Fortnite hat herumgebackt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier runterspringe, wenn ich im nächsten Moment wieder da oben. Äh, deswegen habe ich es einmal deinstalliert und, äh, ja. Dann halt wieder installiert. Okay. Dann gehe ich mal für euch hier in den Vulcano rein. Heute mal die neun, möchte ich mal mit euch die neun Sachen besichtigen, was es da alles so coole Sachen gibt. Ähm, ja. Genau. Wir sind über Hotel. Genau. Wir sind über Hotel. Es gab schon vorher. Aber der Vulkan, die Lava macht wirklich, äh, richtig wenig Schaden. Ähm, wenn man jetzt hier, äh, hochfliegt. Also, äh, nein. Oh, wir sind hier komplett im Norden. Also, wenn man hier den Vulkan reinfliegt, das kann man schon gar nicht. Ich, ich finde blöd, dass die Lava so wenig Damage macht. Aber guck, hier kann man einfach wieder hochfliegen. Ein bisschen ist das nicht realistisch, weil man kann halt schon von Lava sterben. Landen wir hier mal. Äh, gleich gehen wir da noch hin. Und. Oh, mein Gott, ersten, den ich schlimm, äh, eliminiert habe. Leute, ich, bin so hardcore glücklich, wenn ich mal jemanden eliminiere. Ich hab ne pinke Waffe. So, äh, kann ich nicht bauen. Äh. Ups. Nein, ich nehm grad nur das Video auf. Genau. Ich spiele hier im Solo. Ja, danke, Papa, dass du rausgegangen bist. Ähm. Ja, wie gesagt, ich bin so hard happy, wenn ich mal jemanden eliminiere, weil ich das eigentlich eher, eher nicht kann, so jemanden eliminiere. das war ein bisschen so hard-einiminiere. Nein, meine schönen Sachen. Okay, dann, äh, ich weiß jetzt nicht, wohin wir gehen sollen, aber, ähm, Hengleiter kann man. Achso, ich denke, warum bewege ich mich nicht fort? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Eigentlich sind auf dem Piratenboot voll viele und, äh, hier kann man sich auch noch einen kleinen Boost holen. Das Piratenboot ist voll groß und ich wundere mich gerade, ist hier jemand? Oh, wie cool. Trinke ich mal den Trank? Schüttet halt die Hälfte daneben. So, dann habe ich jetzt auch ein bisschen Schutz. Aber ich hier sind Schätze. Ich war noch nie so gut. Und ich habe gar nicht geguckt, ob ich in der Sohn drin bin. Ja, bin ich okay. Ähm, wundert euch nicht. Nicht, wenn ich mal nicht rede, ähm, ja, weil ich mich auch konzentrieren muss. Es ist nicht so wie bei Minecraft spielen. Äh, ja. Meine ich mal ein bisschen, damit ich auch Bauholz habe und so Bausachen. Machen wir mal die großen Baum. Ja, vor allem, man kann große Bäume abfahren, ne? Ich bringe halt nur 64. Oh. Oh. Nein. 35. Mist. im weiten Kampf bin ich Nahkampf bin ich gut und im Weitkampf nicht, ich hab keine Ahnung ob man das Weitkampf nennt, aber da bin ich halt nicht so gut drin, äh wartet kurz, ich gucke kurz mal bei meinem Aufnahmeprogramm, nein das steht gar nicht wie lange ich schon aufnehme, so machen wir hier wieder mal Bildschirmaufnahme rein, ja und dann äh geht's dann auch schon weiter, ich muss mir hier kurz noch eine Zettel schreiben, das bei Bild runter, äh das hatte ich aber irgendwie, war es weg, Bild runter, Logo, so hier hab ich Zettel mit den Tastkombinationen vor mir liegen und ja wie viel Holz ist das? Hm, 30 ja, das geht schon okay, dann gehen wir jetzt mal äh, zu Sunny Chaps, ähm genau, da wollte ich hier was? ja, das passt eigentlich gar nicht, dass ich hier noch Schneeflocken habe und Freunde, falls euer Vater halt rum bat, deinstalliert es und installiert es nochmal wenn ihr mit dem gleichen Konto angemeldet seid, es passiert wirklich gar nichts eure Fortschritte bleiben, dass ihr Bettepass nicht gekauft habt, bleibt auch ähm, ja hier war ich zum Beispiel auch noch nicht ich glaub das sind auch so heiße Quellen, oder? ähm, na so, ja, ist so nicht oh ja, hier sind, ähm wie heißen sie nochmal? ja, äh Dürftbots was? Dürftbots sind trotzdem besser ähm ja, ich mache mich hier mal schön die Tür wieder zu ähm ja noch keine einzige Waffe, das ist nicht so gut ähm so, wir sind aber in der Sonnen drin das ist schon mal eine gute gute Nachricht was wir mit dem Dürftbots auf solche Dürer fett alter ernsthaft jetzt oh mein Gott ja, hier in der Disco hatte ich mal nein, ich hatte noch keinen epischen Sieg oh ja, Pistole hier holen wir uns noch so viele Munitionsdinger möglich ja, läuft das ist Holz so so looten wir hier alles in der Hoffnung, dass hier keiner ist so, nehmen wir die hier wieder mit so, find wir hier ah uh oh 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 yeah nein Freunde, ich renne halt wirklich eher weg als, ähm ja bin ich ja Freunde dann würde ich sagen das war's mit der heutigen Folge heute rein Liberation Schau!